genau die höhe brauche ich hier so wieso habe ich hier viel weggenommen so jetzt hier erst mal die slabs war das so eine reihe 1 2 3 1 1 2 3 das muss raus so und was habe ich denn da reingemacht da habe ich ganz normal erde gelassen ok dann dürfte das ja so passen und hier sollte vielleicht auch noch holz rein denn wenn da hier so die erde rausschaut nee das ist nicht ist nicht schön so mal kurz gucken ich möchte das ja gleich bauen hier war auch gleich so hier 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 ach genau da kann ich die anderen auch gleich umbauen denn man kann ja jetzt diese stufen um die ecke bauen da ist noch ein erdblock der muss raus und hier genauso dann kann ich die hier auch gleich mal rausreißen hier und hier äh hallo was soll das denn geht doch wo ich doch zuerst die hier und die hier auch noch rausreißen weil alles noch alte sind oder wie sieht doch gleich viel besser aus und hier 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 und hier 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 so ist es besser da 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 so dann möchte ich aber warte mal hier muss noch ein block hin und es wird schon wieder dunkel und hier habe ich glaube ich noch eine stufe oder ja geht es mir jetzt wegen einer stufe nicht aus ärgerlich richtig richtig ärgerlich aua der tat weh hat mir voll den knöchel verstaucht so dann werde ich mir nur noch kurz eine stufe basteln ja küh euer loch mache ich ja auch bald zu aber ich habe im moment einfach keine zeit nicht so äh 1 2 3 4 5 6 hm 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 das heißt äh genau aber ich glaube ich habe da jetzt einen zu viel reingesetzt kann das, kann das, kann das, ja so ähm dann hätten wir das und jetzt geht es um die Verkabelung und jetzt muss ich hier mal kurz gucken ähm wir haben hier 1, 2, 3 oder beziehungsweise müsste ich ja ich mache das ganz einfach und zwar der Schalter kommt ja wieder hier nach ach den mache ich hier nach innen eigentlich müsste ich den anderen Schalter auch noch auf die andere Seite rüber machen aber das ist jetzt nicht so tragisch das heißt ähm hier ich werde mich hier mal kurz rein gucken genau da bin ich einen nach innen gegangen das passt schon so ich dachte jetzt nur, hä, da stimmt was nicht aber hier fehlt ja noch der Stein drauf so dann hier runter also wir brauchen hier erstmal einen Hebel und zwar hier und dann brauchen wir ähm eine Redstone Fackel und zwar hier dann kann ich mir den Redstone auch gleich wieder reinziehen so und der geht dann hier nach unten äh ne hier darf ich äh nicht Erde, 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 Erde ähm Stufen weg so hier mal aufmachen darf ich hier wirklich ein bisschen runter gehen bis ich tiefer bin äh vielleicht noch eins wenn das geht und zwar bis hier na guck mal ah ging ja doch besser als ich dachte so das heißt der muss weg der muss weg und der muss weg oh das Lied ist gerade mal wieder furchtbar so Redstone 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 Zack Spinne ich höre dich aber bleib mir bloß vom Leib so dann geht das bis da her das heißt hier kommt auch äh ein Repeater so dann geht das hier weiter dann kommt hier ein Repeater und ich würde fast sagen ich setze mal hier vorsichtshalber auch noch einen sieht doch relativ gut aus so gleich mal testen hier das ganze Zeug ja in dieser Folge habe ich doch ein bisschen was oder was heißt in dieser Folge in den letzten drei so einmal hier gleich raus so mal gucken ähm das Zeug ist jetzt unten oder genau äh wieso wieso fehlt hier ein Block Erde so das Zeug ist unten und jetzt ist es oben bis auf einen warum der nicht ähm ähm ach ja ach ja ach ja so mal gucken ob das überhaupt noch geht so das heißt ähm ach du scheiße das war äh unklug so ähm weg 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 so das heißt ich muss hier rüber hier rüber ähm ähm kann nicht gehen kann nicht gehen ok ähm dann anderer Plan anderer Plan anderer Plan äh lass mich hier mal eben raus ich sagte lass mich hier mal eben raus wir werden das ganze von der anderen Seite verkabeln und zwar von hier wir haben ja sonst nichts zu tun stimmt da hatte ich ja was überlegt dass wir quasi ähm von der anderen Seite dahin müssen so ich muss jetzt quasi eins äh hier ist der Weg eins zwei drei rein so äh hier erstmal einen nach unten hier einen nach unten hier rüber so und auf wie viel war das dann ich glaube auf 59 glaube ich jetzt glaube ich jetzt glaube ich jetzt so hier und hier diese dieser Sand so äh der muss noch weg ja okay äh hier lang hier lang hier lang hier lang Moment mal ich bin auf 59 hm ja das sind so Kleinigkeiten die man einfach nicht bedenkt aber wir kriegen das auch so hin ich mache ich mal ein bisschen Licht vorab na sieh mal an wo wir jetzt rauskommen und zwar genau hier so da möchte ich nur noch mal kurz gucken ähm da habe ich die Sache abgerissen genau das heißt ähm Cobblestone haben wir hier zack äh so genau zack abwärts und einmal durch das Gemüse bis da hinten zack da muss auf alle Fälle noch ein Repeater mit rein und zwar werde ich mal äh vorsichtshalber lieber zu viel gesetzt als zu wenig zack und hier werde ich auch noch mal einen setzen wo ist mein Schwert und ich habe Hunger vor lauter Bauen schon wieder nicht auf meine Hungerleiste geguckt so testen so aktivieren also zumindest es funktioniert und äh na klar so wisst ihr was ihr seht mich nicht 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 so und da fehlt äh im Prinzip jetzt noch äh ein Redstone und zwar hier na perfekt geht doch passt doch so Ziegelstein Moment äh hier würde ich ja gerne offen lassen zack 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 wir wollen das hier wieso mache ich das eigentlich jetzt so so geht das doch viel schneller drei und eins zwei drei so da ist auf alle Fälle unsere Leiter nach unten die ich auch noch mal ein bisschen um umbauen darf das hier quasi nicht ähm so der Eingang muss hier eins größer wahnsinn wahnsinn was ich hier schon schon verlegt habe an Zeug so ähm dann kann ich im Prinzip mir mal ein bisschen Kies holen und in der nächsten Folge heißt es dann äh mit der HU die Felder bearbeiten und ähm dann gleich mal ansehen und zum Schluss mache ich dann noch die die ganzen Löcher zu so einmal hier rein äh ich wollte Kies mitnehmen so ein 64er Stack sollte reichen so Tür zu so sieht das Ganze wieder ein bisschen besser aus ohne den Strudel wenn ich mir das Ding mal so ansehe das ist schon ja ne ist schon nicht von schlechten Eltern das Ding so äh den Schacht muss ich ja auch noch schön machen fällt mir gerade ein aber jetzt erstmal oben noch den restlichen Kies verteilen mit Wasser befüllen dass wir schon mal ein bisschen ähm ansäen können gerade hier die Kartoffeln und Karotten so wo haben wir denn den Kies 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 hier so hier muss noch Kies hin und hier genau das passt so vor erstmal hier die hintere Reihe muss auch noch aus Kies oder beziehungsweise da könnte ich eigentlich hier den äh Stone mit rein machen so ähm Erde 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 kommt hier mit dran äh ich sollte vielleicht vorab mal die die Dinger hier äh befüllen so abwärts so ähm eigentlich könnte ich mir doch hier auch gleich eine Treppe eine mobile nach oben bauen fällt mir jetzt gerade mal so ein und ich hätte gleich die ganzen Redstone Sachen hier ähm ähm zu Hause lassen können so einmal hier nach oben und dann kann ich hier gleich mal die Rinnen befüllen nochmal gucken das müsste passen hier so und was mir einfällt hier kann ich ja eigentlich zumachen normalerweise ja schon so hier nach unten und wieder nach oben so äh hier einmal aufmachen hier aufmachen hier und hier ähm ähm ach Moment mal Moment mal das da drüben muss ja noch angepasst werden die Reihe muss hier weg klasse und Blaze das hast du gut gemacht weh ich flute jetzt hier meine 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 Redstone Schaltung ähm Moment mal mal kurz gucken Moment mal kann ich das eigentlich hier einen früher machen dass das hier nicht so eine komische Kurve äh fliegt äh fliegt fließt oh mein Gott ja Wasser fliegt genau äh hier und hier zack besser viel viel besser so aber Leute ich muss hier auch schon wieder mal eine Aufnahmepause machen und äh ich würde sagen wir sehen uns äh zur nächsten Folge von Minecraft